Ja, meine Lieben, wir haben wieder unser Mittwochstreffen und Dürftest du gefilmt werden? Nee, du darfst nicht gefilmt werden. Du auch nicht? Gut. Also keiner darf gefilmt werden. Wir haben ein paar neue Zugänge und Ihr seid nicht drauf, ihr seid nicht drauf, ihr seid nicht drauf. Und tauscht bitte Nummern aus, tauscht Nummern aus, bitte, tauscht Nummern aus. Okay. Ihr seid nicht drauf, tauscht Nummern aus, bitte, tauscht Nummern aus. Ihr müsst euch gegenseitig helfen. Habt ihr schon Nummern ausgetauscht? Nee. Hast du schon deine Nummer? Gut. Ihr seid nicht drauf, ihr seid nicht drauf. Alle Frauen über 80 gehören mir. Alle Frauen über 80 gehören mir. Ich weiß, dass sie schön sind. Sie sind so süß, sie sind so süß. Ja, genau. Bist du ja auch. Ja, ich bin immer auch. Sei brav, ja. Sei brav. Grat du. Einen guten. Und schmeckt's? Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ich bestelle mir das jetzt auch. Die ist so süß. Ja, Jörg, wie geht's dir? Sehr gut. Gut, deine Mama ist so süß. Ja. Und immer schick angezogen. Ja, klar. Die treu ist immer, dich zu sehen. Oh, sehr gut. Dann musst du doch unsere Zahl schauen. Schick angezogen. Irgendwie kann ich's nicht gut rüberbringen, dass halt alle über 80 mir gehören, aber das versteht hier keiner. Dich meine ich nicht. Du bist noch unter... Was war das? Pass auf, was sagst du. Unter 90. Ja, genau. Sei brav. Ich sag's dir. Sei brav. Und der Peter ist süß, ne? Ja. Du bist nicht drauf. Keine Angst. Hallo. Ich filme die Leute nicht einfach so. Stimmt's? Stimmt, Ali. Und, machst du die zwei auch? Ich mach die schon. Oh, wann machen wir denn die Klima? Wann machen wir das Kabel? Laut. Ja, was ihr wollt. Oh, ich hab ne neue Ding. Ich muss sie verkuppeln. Samstag sind wir noch da. Ja? Oh, dann geht's ja noch. Und ihr grüßt mich schön in Nürnberg, gell? Okay. Ihr seid nicht drauf. Keine Angst. Sei brav. Trink nicht zu viel. Und, wie ist der Kaffee? Schaut gut aus. Ali, ich guck immer deine Videos. Oh. Tippie, doppie. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Dankeschön, dankeschön. Was hat das Parlament entschieden gestern? Machen Sie ja was oder machen Sie weg? Ja, und zwar, mit Schiffen gehen wir rüber. Mit Schiffen. Und wollen die Türken retten? Ja, sehr gut. Also, ihr seid nicht drauf. Keine Angst. Ist kein Problem bei uns. Wie Ihnen dann? Ah, okay. Ja, die anderen sind alle Steuerbekrüger und so. Nee, nee. Und schmeckt ja, ne? Sehr lecker. Gut. Schaut echt lecker aus. Ich bestell mir das jetzt auch. Das schmeckt total lecker aus. Schon, ne? Also, ich muss echt sagen, der Laden hat schon was. Schmeckt echt gut. Ich bestell mir das jetzt auch. Mmh. Verstoßen. Also, Chicken Curry schmeckt, habe ich gehört. Deswegen bestell ich mir das jetzt auch. Und, äh, wir sind eine gute Truppe und alle müssen die Nummern austauschen, weil hier habe ich Leute, die wollen ein Auto haben, äh, mit türkischen Kennzeichen, um keine Probleme zu haben. Und, ähm, wir finden schon ein schönes Auto für dich. Keine Angst. Ne? Ritschi? Und für dich ein Linear? Nee, ein Florino, ne? Also, türkisches Kennzeichen muss es sein, weil wenn man ein deutsches Kennzeichen hat, hat man nur Probleme. Liebe Grüße. Und, äh, wir sind eine gute Truppe. So, das war hart, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch, sowas, dass man nicht wieder anstrengt, sehr oft. So, das war hart.